Weil es darauf ankommt, dass es ankommt. Genau darum kümmern wir uns für Sie. Wir, das sind die rund 120 Mitarbeiter der Star Piping Systems GmbH. Seit über 20 Jahren sind wir am Niederrhein zu Hause und fertigen dort für internationale Projekte Rohre und Formteile aus Polyolefin. Umweltfreundliche Kunststoffe mit hoher Flexibilität und vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Auf unserer Rohrextrusionslinie fertigen wir schwarze Industrierohre bis hin zu koextrudierten Mehrschichtrohren für Versorgungsleitungen mit besonders hohen Qualitätsansprüchen. Flexibilität begleitet unser Produktionsverfahren vom ersten Schritt an. Durch zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten von Außen- und Innendurchmessern können wir Hohl- und Vollstabdimensionen bis zu 1600 mm Durchmesser exakt auf die weitere Verarbeitung abstimmen. Für unsere Kunden haben wir immer ein offenes Ohr und hören genau zu. Auf diese Weise können wir Zusammenhänge einfach erschließen und gemeinsam optimale Lösungen entwerfen. Wir kombinieren freundliche und kompetente Beratung mit einem umfangreichen Sortiment für Rohrleitungssysteme. Damit bieten wir alles, was für eine flexible und einfache Projektumsetzung in der Fähr- und Entsorgung sowie Industrie und Infrastruktur benötigt wird. Weil sie sich auf unsere Qualität verlassen, beschäftigen wir in allen Abteilungen Fachleute, die ihr Handwerk verstehen. Mit Teamgeist und modernster Produktionstechnik fertigen wir langlebige und zuverlässige Produkte aus den Kunststoffen Polyethylen und Polypropylen. Häufig bestimmt eine zügige Lieferung das Tagesgeschäft. Mit unserem breit gefächerten Sortiment an Lagerware unterstützen wir unseren Kunden, auch dieser Anforderung des Marktes gerecht zu werden. Inspiriert von unseren Kunden entwickeln wir immer neue innovative Lösungen, häufig auch in Form von passgenauen Sonderbauteilen, die sich an individuellen Anforderungen orientieren. Unsere Produktionsweise liefert die notwendige Flexibilität, sodass sich die anspruchsvollsten Bauvorhaben einfach realisieren lassen. Dabei greifen wir auf einen Wissensschatz zurück, den wir aus jahrelanger Erfahrung gesammelt haben und durch Ausbildung an unsere nächste Generation weitergeben. Unsere Qualitätssicherung erfolgt durch regelmäßige Werkstoff- und Chargenprüfungen, welche nationalen und internationalen Standards unterliegen. Akkreditierte Prüfinstitute begleiten diesen Prozess und zertifizieren unsere Produkte. Mit der Verantwortung, höchsten Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, geben wir unseren Nachkommen das Versprechen, den sicheren Transport von Gas und Wasser über 100 Jahre zu garantieren. Star. Solutions you trust. Star. Solutions you trust. Untertitelung des ZDF, 2020